Hallo liebe Leute und es geht weiter mit The Walking Dead. In dieser komischen oder auf dieser komischen, dem, dem, dem Molkerei-Gelände. Ja, erst nachdenken, dann reden, Alexis. Äh, passt schon. Kann ich das Brettchen nicht einfach nehmen und daraus schon mal... Ne, den Zaun wollte ich eigentlich nicht angucken, aber kannst du natürlich auch. Mhm, okay, wenn du das sagst. Aber da liegt da nicht was. Nein, nicht den Zaun. Da ist ein Brett, das kannst du dir angucken. Ja, dann mach das doch mal. Mhm. Ja, super, dann, äh, haben wir das ja jetzt. Die Säge hat er noch bei sich, oder nicht, oder... Ne, wir haben jetzt, glaub ich, alles bei uns. Können hier immer wieder... Wir quatschen mal mit ihm. Er ist mir... Irgendwie mysteriös. Geh dich gar nichts an, wie viele Waffen habt ihr? Hm, der Zaun hält die Walker auf. Lass uns die Umzäunung reparieren. Sind wir die ersten Gäste hier? Ja. Ja. Äh, wie, ähm, lasst uns die Umzornung um, sind wir die ersten Gäste hier? Ja, das war's. Und wenn ihr sie wegzunehmen könnt, dann wäre das eine große Werteilung. So ist es einfach. Bleib ruhig. Du wirst nicht wissen. So how's the place looking? Is it safe enough for us to stay? If we can? It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. What's up with you telling him what I said about him, thinking I'm dangerous? Look, you said it. We'll work it out somehow. Well, hopefully he'll calm down once he's out here. Hmm. There's one. Ugh. Lee, it's dead. Come on, let's push it off. Okay. Who do you think he was? Wenigstens ist da nicht einer von uns. At least it's not one of us. Looks like he's stuck. Okay. Maybe the St. John Boys are using this guy for target practice? Ah, poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, hope he was already dead. Ja, jetzt hängt er fest, dann muss ich das ja hier machen, obwohl ich's nicht will. Ohne Benzin hat es keinen Zweck. Es ist gefährlich. Es braucht Leute, die sie verteidigen. The fortress needs people to defend it. We've got enough people. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. Hmm. Was soll das heißen? Sie zögern das unten... Weiß nicht. What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Thanks. There's another one. I see it. Hmm, ob das die ganze Zeit so gut geht mit den Zombies? Ich weiß nicht. Irgendeiner ist bestimmt wach. So in so Sicherheit wiegen, er ist einer guter. Ich mag die gar nicht anfassen. Oh Gott. Was los? Wir werden später fragen. Ich habe auch einen Konzentrieren. Nee, wir werden später fragen. Wir werden noch mehr essen, nachdem das fertig ist. Okay. Ich kann es abziehen. Komm schon. Ich glaube, ich sehe, wo sie entkommen sind. Dieser hat sich überrascht, versucht, zu durchlaufen. Er hat in da ziemlich gut geflogen. Komm schon, hilf mir das Ding zurück in den Platz, damit wir den Herr Crispy hier wegnehmen können. Ich glaube, wir werden besser von der anderen Seite. Gute Idee. Hmm. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Okay, was soll ich machen? Auch hochheben? Na dann. Hopp, hopp. Ja, hoch. 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 Äh. Äh. Na dann, los damit. Ja, dann bewegt das Ding doch. Mach. Geht das nicht? Warum nicht? Da war doch was mit Xen. Und da runter runter. Kann ich hier irgendwas machen? Ah. Die Keile wegnehmen, ja. Deswegen hat er sich nicht bewegt. Na dann jetzt aber. Nein, versuch was wert, äh, denen zuzurufen. Shit, noch ein Keil. Ach so. Mach das mal ab hier. Ich laufe mit. Ich laufe mit. Ich mache mir aber um diesen Typen hier, äh, Markus, oder wie er heißt, Sorgen. Weil der, der geht so weit am Schauen. Und der soll mal ein bisschen näher hier rankommen. Schnell wieder langlaufen beim Traktor. Noch eine. Another one? How many of those things did we push down? What about our free fritz? Are you really taking about it? Now your fucking ass. Nein. Oh Gott, er kommt hinter mir her. Er kommt hinter mir her. Lauf, lauf, lauf. Flieh, lauf. Okay, lauf durch. Ja, gut. Was haben die für ein Problem? Wir kennen die doch gar nicht und die uns nicht. Aber weil wir jetzt zur Molkerei gehören, oder was? Wir sind in einen Hintergrund geraten. Ja. Ja. Mark, oh mein Gott, was ist passiert? Er wurde mit einem Arsch gefangen. Christ, bist du okay? Ja, ich bin okay. Ich sollte es einfach rausziehen. Oh nein, honey, komm, Brenda hat dich. Komm in jetzt rein, wir haben dich alle sorteden. Well, du musst es sein. Was ist das denn? Wir haben einige Leute auf der Weg hier. Bandits, ich glaube. Ich glaube, es war sie, die Attacken uns. Sie haben uns ein paar Probleme in den Beginn und haben uns ein paar Farmhands. So viel zu deinem Verständnis. Es ist ja nicht sicher, wie wir glaubt haben. Vielleicht ist es nicht so sicher hier, wie wir glaubten. Wir sind sorry, wir haben sie nie gemacht. Wir haben sie nie mit uns, nicht seitdem wir angefangen haben. Wir haben vielleicht ein Verständnis mit diesen Leuten, aber wir werden nicht für diese Sache. Es gibt keine Chance, wir werden diese Sons von B******en weggehen. Du kennst dich, wo diese Arschlöse sind? Sie sind schwer zu verraten, aber ich glaube, dass ich wo zumindest einer ihrer Camps ist. Wenn du bereit hast, zu spüren diese Bandit-Camp, komm, find uns. Bandits, bist du ernst? Diese Ort ist nicht sicher. Wir können hier nicht bleiben. Nicht sicher. Diese Ort ist ein helles viel sicherer als das Motorrad. Ich denke, dass alle uns und unsere Arschlöse können ein paar Punks mit Bows und Arrows verraten. Was wir müssen tun, ist, dass wir ein Weg finden, um unsere ganze Gruppe aus hier zu bleiben. Wir nehmen diese Ort, wenn wir müssen. Oh, cool, ihr Jets da, Rambo. Diese sind nice Leute. Wir können nicht tun, um uns zu spüren, bevor wir essen. Ich werde nachdenken, um Dan zu helfen, um diese Bandits zu helfen. Ihr, die Leute, um zu machen, mit Andy und Brenda zu Hause zu machen. Das ist einfach. Ich habe Charme aus meiner Arschlöse. Ja, das ist wirklich Charme, Dad. Wo sind sie Ben und Carly? Since Carly und Ben haben ein paar Sachen auf dem Weg zu kommen, sie durften, um uns zu bleiben und zu warten, um die Motorrad zu warten. Hey, uh, ich habe gesehen, Kinder in die Gruppe, so, ich gehe nachdenken und fixe das Swing, während du da warst. Ich hoffe, die Kinder mögen Swings. Ein Swing! Ich liebe Swings! Just like at my treehouse! Come on, Doc! Warum nicht die Kinder gehen und spielen auf dem Swing, huh? Yeah! Thanks. Anytime. We're looking out for you. Ich dachte, Lee hat die Schaukelheile gemacht. Wieso sagt er das denn? Lee hat doch auch das Brett gemacht und hatte die Idee. Hm, sowas mag ich ja immer nicht, ne? Wenn man selber was macht und andere ernten den Ruhm. Ja, ich gehe wieder zu meinen Brettern. Es gibt ja sonst nichts zu tun. Nein, ich bin, äh, bin ein bisschen nervös wegen der Sache gerade eben. Ja, auf einmal ging der Strom an, auf einmal schreien da die Leute rum und labern irgendwas von Vereinbarung und so. Äh, man weiß ja in so einer Situation auch gar nicht, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Also ich meine, vielleicht haben ja hier unsere Farmleute, unsere Molkereileute tatsächlich irgendwie eine Vereinbarung gebrochen. Ja, ja, okay. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin will, wenn ich ehrlich bin. Gehe ich da mal raus? Hm. Warum passiert den Leuten hier jetzt eigentlich nichts mehr? Ich meine, warum kommen die Banditen eigentlich nicht bis hierhin hinterher? Mhm. Oh, nett hier. Ach, da sitzt hier Dingens, ne? Mhm. Mit dem ich unbedingt reden mag. Reden wir mal mit Lily. Ja, äh, und mach's doch eben so. Was da, ja, ja, was hältst du davon, das Motel zu verlassen? Sie und Kenny haben Frieden. Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Ah, was nehme ich nur? X, Y. Nehme ich mal X. Wie fühlst du mit dem Motel in? Es ist ein WELCOME-CHANGE-SENERY. Ich weiß nicht. Wenn wir nur wo wir waren, dann Marc würde nicht enden mit einem Ereignen in seinen Hügel. Oh. Das ist eine gute Anführerin. Kenny hegt immer noch Hoffnung. Kenny glaubt, es ist noch Hoffnung. Vielleicht ist das, was wir jetzt brauchen. Ja, sorry, klar ist dein Vater und du willst auch, dass er was zu essen kriegt, aber alle hatten Hunger. Ich meine, Marc hat auch nichts zu essen gekriegt. Und mein Gott, ich habe ja dich auch gefragt. Hätte ich dir nichts geben sollen und lieber deinem Vater? Mann, das regt mich auf mit dir immer. Dieser Streit hier. Quatsch. Okay, gut. Dann nicht. Dann ciao. Haut alle rein. So. Tschüss. Gehen wir mal hier lang. Oder auch nicht. Und da sind die anderen. Es ist ja schon mal gut zu wissen. Kann man da durch. Hier ist ein Wasserhahn. Sag da aber nichts zu. Hm. Ja, am besten gehst du noch ein bisschen außerhalb des Geländes und dann wirst du gleich wieder vom Pfeil abgeschossen. Ja, Gott sei Dank ist ihm ja nichts passiert. Gehen wir mal weg hier. Würde ganz gerne lieber nochmal mit den Leuten. Ja, genau. Gehen wir da mal hin. Die hier wohnen reden. the fuck are these people in the woods? Äh, nicht jetzt. Hm, aber auch nicht gerade viele Informationen. Ja, die drehen richtig durch, wenn sie Hunger haben. Ich meine, alle Leute haben gerade Hunger. Weiß nicht richtig. Gehe ich mal hier weiter. Ach, da ist die kleine Clementine. Und der kleine Duck. Haha. Ja, klar. Okay. Jetzt wechselt euch ab, Mann. Wie geht's dir? Wie findest du die Molkerei? Äh, äh, ja. Ja, ich bin nicht sicher, wenn. Aber ein Tag, Dinge müssen wir das normalen geben. Das ist gut. Ich hoffe, es wird bald. Ja, ich auch. Ach, es ist so schön mit den Kindern hier gerade. Der Moment des Friedens und Clementine und Duck freuen sich total über die Schaukel und das erfreut einen ja dann auch, wenn man so sich wenigstens an den Kleinigkeiten erfreuen kann, was wahrscheinlich noch viel eher in so einer traurigen Situation ist, wo so viel Leid und Tod um einen herrscht. Und dann bedeuten auch gleich die Kleinigkeiten etwas mehr als sonst, die man sonst vielleicht nicht so zu schätzen weiß oder nicht so beachtet einfach, weil sie so selbstverständlich sind. Und in so einer Apokalypse ist halt gar nichts mehr selbstverständlich. Okay, liebe Leute. Ähm, ich weiß gerade eh nicht, wo ich langglatschen soll und so. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier einfach mal einen Cut und sehen uns im nächsten Part von The Walking Dead. Bis dann. Tschüss. Tschüss.